Die Besucherin hatte offensichtlich ein Bonbon verschluckt und das war ihr stecken geblieben. Sie hatte Luftnot, sie drohte zu ersticken, Rang nach Luft und das Erste, was man tut, ist dann einfach mal ein beherzter Schlag auf den Rücken. Durch die Druckerhöhung im Brustkorb fliegt das Objekt dann oft raus, auch bei Kindern, aber hier hat es Gott sei Dank gut funktioniert. Ansonsten gibt es als Alternative den heimlichen Handgriff hier oberhalb der Magengrube. Habe ich in letzter Zeit öfter euch jetzt eigentlich wissen müssen? Ja, nun langsam. Was haben Sie öfter? Ja, dass ich so Schluckbeschwerden habe, eigentlich seit meine Söhne ausgezogen sind. Ja, aber er kann ja eigentlich normalerweise... Sie haben also Schluckbeschwerden. Jetzt sagen Sie mir erstmal Ihren Namen, ganz ruhig. Bonbon ist ja heiß. Können Sie mal einen Schluck Wasser trinken? Ja, bitte. Ilke Anger heiße ich. Frau Anger, okay. Und Sie haben mir erzählt, mein Name ist Marnau, ich bin hier der Stationsarzt. Sie haben mir erzählt, Sie waren Besuch, nehme ich an, hier. Ja, wir wollten essen gehen jetzt gleich. Na, ich würde sagen, das möchte ich mir etwas genauer anschauen bei Ihnen, Frau Anger. Was soll ich denn sagen? Ich habe mich doch nur verschluckt. Nehmen Sie mal einen Schluck Wasser. Nehmen Sie mal einen Schluck. Was ich jetzt aber gesehen habe, war nicht nur ein Verschlucken, sondern das Bonbon ist ja regelrecht im Hals stecken geblieben oder irgendwo da in der Speiseröhre. Ich würde mir das... Fühlt sich auch so ein bisschen komisch an. Wenn Sie etwas genauer anschauen wollen, kommen Sie, Sie sind nur Besucherin, aber kommen Sie mal gerade mit rüber. Kommst du mit? Ja, komm doch bitte mit. Eigentlich wollte die 48-jährige Ilke nur ihre Freundin aus der Klinik abholen. Doch nun ist die Hausfrau froh, dass Bernd Marnau sie gründlich untersucht. Zum ersten Mal überhaupt spricht Ilke über ihre Beschwerden. Nicht mal ihr Mann Holger weiß davon. Das ist schon häufiger mal passiert. Ja, eigentlich seit ein paar Monaten. Da sind meine Söhne ausgezogen. Ja. Also ich habe es öfter in letzter Zeit bemerkt. Ja. Aber das ist nicht nur das. Ich habe oft Sodbrennen. Ja, passt dazu. Ja, auf Stoßchen. Sodbrennen heißt ja immer möglicherweise ein bisschen zu viel Magensäure im Spiel. Ich habe wohl auch zugenommen, aber ich denke mal, das liegt doch an den Wechseljahren. Wie ernähren Sie sich denn so? Was essen Sie denn so? Was trinken Sie denn so? Also ich achte schon sehr darauf, auf gesunde Hausmannskost. Okay, okay. Kleine Portionen und ja, 150, 85. Das ist ja auch so an der oberen Grenze dessen, was so sein soll. Die Frau Anger hatte das als so ein bisschen runtergespielt, wie so ein einmaliges Ereignis, hat dann aber doch erzählt, dass ihr das häufiger passiert. Und wenn man dann ein bisschen nachfragte, kam raus, Sodbrennen hatte sie auch. Das lief wohl schon über längere Zeit. Der Hausarzt hatte ihr schon zu einer Magenspiegelung geraten. Die hat sie dann nicht gemacht, warum auch immer. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, dass wir uns das etwas näher angucken und die sicherlich notwendige Magenspiegelung hier durchführen. Da Elke heute noch nichts gegessen hat, kann die Untersuchung kurz darauf stattfinden. Und tatsächlich entdeckt Bernd Marnau schnell die Ursachen für das Sodbrennen und die Schluckbeschwerden der Patientin. Mit Medikamenten allein kann er der 48-Jährigen aber leider nicht helfen. So, Sie haben es überstanden, ne? Und was ist jetzt dabei rausgekommen? Das wollte ich Ihnen gerade erklären, ja. Und damit Sie es besser verstehen, wollte ich Ihnen das mal so ein bisschen, soweit ich das malen kann, aufmalen. Hier ist die Speiseröhre, hier ist das Zwerchfell und hier unten drin ist der Magen. Da geht es weiter. Und wir haben mit dem Endoskop von hier oben reingeguckt und haben tatsächlich zwei Sachen gesehen. Erstens, es ist eine Entzündung der Magenschleimhaut hier und das ist hier Sodbrennen, ja. Und auch eine Entzündung hier von der unteren Speiseröhre und durch diese Entzündung ist es da zu einer gewissen Engstelle gekommen. Das heißt, das Gewebe ist angeschwollen hier und da ist die enge Stelle, wo das Bonbon und das Essen stecken bleibt, ja. Was wir gemacht haben, ist mit einem kleinen Zängelchen eine Gewebsprobe da rausgenommen und die wird jetzt unter dem Mikroskop untersucht und dann wissen wir genau, was das ist. Das dauert aber ein bisschen, ne? Das dauert ein, zwei Tage. Ja, was, was, kann man denn da was machen dagegen? Ja, natürlich. Ja, und zwar machen wir folgendes, das geht heutzutage in der Regel ohne Operation, ja. Wir würden, wenn wir alles haben, auch die Gewebsprobe haben, eine erneute Spiegelung machen, dann gehen wir da mit einem Ballon rein, dehnen das auf und das machen wir aber in der richtigen Narkose. Soll ich dem Holger denn bescheiden sein? Der hat doch gerade hinter sich. Also, ja, weil, ich bin total durcheinander und der Holger, den lass mal ganz raus. Ja, zuerst mal hat der gar keine Zeit und der muss sich da mich auch noch mit belasten. Soll ich bei dir bleiben? Ja, bleib du bei mir, das ist alles gut. Das ist sowieso nie da. Das sind doch schon ein super Themen. Der Mann ist nie da. Genau. Der hat doch auch schon lange keine Zeit mehr, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, die Söhne weg, der Mann weg. Jetzt machen wir aber erstmal den Schwerpunkt auf ihre medizinische Behandlung, ja? Die Freundin bot dann auch an, ihrem Ehemann Bescheid zu sagen, doch da wehrte sie total ab. Der hat ja eh keine Zeit, der ist bestimmt wieder unterwegs und das war dann doch ziemlich befremdlich, dass offensichtlich der Ehemann an ihrem Leben gar keinen Anteil nimmt. Seitdem die gemeinsamen Söhne aus dem Haus sind, verbringt Elkes Mann Holger seine gesamte Freizeit im Modellbau-Club. Das und wie das erheblich zu Elkes Beschwerden beiträgt, hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand auf dem Zettel. Am folgenden Tag erhält die Patientin eine Ernährungsberatung bei Dr. Reza Siena. Ja, mein Kollege hat sie mir angekündigt, dass sie bestimmte Probleme hat mit der Verdauung und ich soll mich mit ihnen über die Ernährung unterhalten. Ich dachte eigentlich, dass ich in dieser Hinsicht immer alles richtig mache. Gute Hausmannskost, ja? Mein Mann ist Straßenbauarbeiter, der braucht auch viel mit Fleisch oder auch mal was Fettiges, Auflauf, Gratin und so weiter. Aber welche Ernährungsgewohnheiten haben Sie denn überhaupt? Was essen Sie tagsüber? Also morgens eigentlich nicht so viel. Schon mal ein belegtes Brötchen mit Käse, Butter, dann mittags nur eine Kleinigkeit. Und nachmittags wohl dann schon mal gern ein Teilchen. Einen Kaffee dabei, auch schon mal mit Sahne. Oder so für Wunder. Ja, zwischendurch einfach. So ein bisschen Nervennahrung. Und abends koche ich dann natürlich schon einen Ausgewieser. Zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel Auflauf, Gratin, Rollbraten. Also viele Menschen haben wirklich keine große Ahnung überhaupt über die gesunde Ernährung. Jeder isst natürlich das, was auf den Tisch kommt, beziehungsweise was er in irgendeinem Restaurant bekommt. Wir können aber den Gesundheitszustand wesentlich verbessern durch eine gesunde, vollwertige Ernährung. Wir müssen versuchen, viel Wasser zu trinken tagsüber. Dann viel mehr Gemüse und Salat. So, als nächstes kommt Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Teigwaren, Leis, Kartoffeln, Brot, natürlich Vollkornbrot ist gemeint. Aber jeden Bissen müssen Sie bitte 30 bis 40 Mal kauen, dass die Verdauung eigentlich im Mund beginnt. Und etwas, was in den Magen kommt, muss etwas wie eine Suppe Brei sein. Da hat der Magen weniger Arbeit damit, um zu verdauen. Als nächstes kommen wir zu den Proteinen und Eiweiß. Das heißt, hier gehören Fisch, Fleisch, Eier, Käse. Als nächstes kommt die Fette hier. Das heißt also Öle, die kalt geschlagene Öle eigentlich das Beste sind Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Das ist egal welches aber, ne? Können Sie natürlich am meisten Olivenöl nehmen, aber Butter wenig ist gut. Kein Problem. Jetzt kommen wir zu den heiß geliebten Süßigkeiten. Wer isst ungern Süßes? Nur wenig wie möglich soll so wirklich hier wenig sein. Und das hier, die gesunde Ernährung. Wenn Sie das tun, nehmen Sie im Laufe der Zeit am Gewicht ab. Und so können wir natürlich durch die Ernährung unseren Gesundheitszustand wesentlich verbessern. Dass sie bisher so viel falsch macht, gibt der Patientin zu denken. Aber Elke ist dankbar für die Tipps. Einen weiteren Tag später steht die OP ihrer Speiseröhre an. Ihrem Mann hat die Patientin selbst davon nichts erzählt. Ihr Herz schütte die 48-jährige Hausfrau stattdessen Pfleger Johannes aus. Danach wird es Ihnen besser gehen und dann sind Sie ganz schnell wieder zu Hause. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich so gerne wieder so schnell zu Hause sein will. Das ist gar nicht mehr so schön. Ich weiß nicht, seit meine Söhne ausgezogen sind. Dann sind Sie doch groß, das ist doch gut. Ja, weil mein Mann, der ist auch so viel unterwegs. Und wissen Sie, ich sage Ihnen mal im Vertrauen. Kachen Sie gar nichts zusammen? Nee, der ist immer weg. Und ich bin, der Mensch ist ja nun mal auch ein Gewohnheitstier. Ich habe es mir angewöhnt, für vier zu kochen. Ja, dann ist immer genug auf dem Tisch. Und wenn mein Mann dann aber nicht nach Hause kommt und ich dann alleine... Für vier, aber die Söhne sind doch weg. Ja, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Und ich esse dann schon mal, wenn ich mich einsam fühle, so aus Frust auch schon mal ein bisschen mehr. Boah. Das ist... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn man dann immer alleine ist. Da sollte sowas dran ändern. Ja, ich weiß, ich habe ja jetzt nach dem Gespräch mit dem Arzt, weiß ich aber auch, dass ich nicht nur an meiner ganzen Lebensweise und Ernährung was ändern muss. Auch in meiner Ehe muss ich was ändern. Das geht doch so nicht weiter. Nee. Das kann es ja nicht sein, ich meine, ne? Da kommt der Doktor. So. Ich bin aufgeregt. Frau Anna, ja, aber ich habe gute Nachrichten für Sie. Die wollte ich Ihnen noch sagen. Ja? Wir haben das Ergebnis von der Gewebsprobe gekriegt, also die wir da genommen haben. Bei der ersten Spiegelung kein Krebs. Na Gott, vor allem. Nichts Bösartiges drin. Ja? Ja. Frizen sei leichter. Ja. Ja, ich sag für ihn, oh Mensch. Ja, und wir werden jetzt, wie geplant, wie ich es Ihnen schon erklärt hatte, bei der zweiten Spiegelung in die Speiseröhre hineingehen, werden mit dem Ballon, die werden wir aufdehnen und dann sollte es, wenn alles gut läuft, und davon gehen wir jetzt mal aus, bereits morgen deutlich besser gehen mit dem Schlucken. Die OP an Elkes Speiseröhre verläuft gut. Am Tag darauf wartet eine Überraschung auf die 48-Jährige. Ihre Freundin Moni hat Elkes Ehemann Holger mitgebracht. Die Patientin freut sich, doch es ist höchste Zeit für eine Aussprache. Hallo. Alles gut? Wie geht's hier denn? Oh, ich bin noch ein bisschen müde. So. Das ist doch... Ich habe gute Nachrichten für die Herrschaften, ja, auch hören natürlich, ne. Also, der Eingriff hat gut funktioniert, so wie ich Ihnen das vorhergesagt habe. Wir sind mit dem Ballon in die Engstelle rein, haben das schön aufdehnen können, ja. Eine leicht, ist auch nichts bei passiert, eine leichte Entzündungsreaktion war da schon. Da müssen Sie auf jeden Fall die Säureblocker-Tabletten weiternehmen, schreibe ich auch in den Entlassungsbrief. Bleiben noch vielleicht zwei, drei Tage hier und dann ab nach Hause. Ist ja gut. Ja, das ist ja schön. Aber ich sehe gerade, du hast mir Pralinen mitgebracht. Ja, deine Lieblingspralinen. Die sind jetzt vom Speisenplan gestrichen. Wir müssen jetzt mal ganz gewaltig was ändern. Du siehst ja, was jetzt rauskommt mit diesem fettigen Essen. Der Ehemann hatte, wie Angehörige, die das gerne tun, sozusagen einfach folter der Frau was Gutes tun, die Lieblingspralinen mitgebracht. Das war natürlich nach der Ernährungsberatung der Frau Anger schon klar, dass das nicht mehr angemessen war. Die haben wir dann auch einkassiert und einer vernünftigen Verwertung zugeführt bei uns hier in der Klinik. Und sie hat dann von der Ernährungsberatung beim Kollegen doch sehr profitiert. Hatte wirklich, das sagte er mir auch nochmal, wirklich den kapiert, worum es geht bei der Ernährung. Mehr frische Sachen, nicht so kalorienreich. Sie hatte ja auch ein Cholesterin- und Zucker- und Blutdruckproblem. Das alles wird sich durch die langsame, kontinuierliche Gewichtsreduktion neben den Magenbeschwerden auch in Wohlgefallen auflösen. Weißt du eigentlich, dass ich oft aus Frust esse? Weil seit unsere Jungs nicht mehr da sind, bist du nur noch unterwegs. Ganz ehrlich, also das ist doch Mist. Ich fühle mich wie ein Single. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt gar keinen Ehemann mehr. Schatz, mir fehlen die Jungs auch. Und deswegen gehe ich doch in den Club. Ja gut, denn der Modell war Freude. Die kannst du ja auch gerne mal zu uns einladen. Aber dazu musst du mich doch nicht immer alleine lassen. Das tut mir nicht gut. Und wir lehnen auch den besten Weg, uns auseinanderzuleben. Hast du mich denn nicht mehr lieb? Doch, aber ich habe eher umgekehrt das Gefühl gehabt, dass ich dir nichts mehr bedeute. Doch. Hast du vielleicht eine andere Frage kennengelernt? Nein, auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall. Ich stehe auf jeden Fall zu dir. Du brauchst keine Gedanken haben. Das stehen wir durch. Aber auch mit der Ernährung. Da müssen wir beide ganz konsequent jetzt durchziehen. Genau. Wenn du das sagst, machen wir das. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr euch zusammen bewegt? Machen wir doch einen Tanzkurs. Oh, guck mal. Oder wir gehen mal zusammen spazieren, regelmäßig. Kriegen wir hin. Ich trete ein bisschen kürzer. Kannst du ja auch mal einladen von mir aus, wie gesagt. Kriegen wir hin. Es kam dann raus, dass der Auszug der beiden erwachsenen Söhne für die beiden Ehepartner sehr viel belastender war, als sie sich selber eingestehen konnten oder als sie es auch miteinander hätten besprechen können. Und da hat sich jeder so ein bisschen in seine eigene Welt geflüchtet. Er in den Modellbau-Club, sie ins Essen. Man spricht ja auch regelmäßig von Frustfraß. Und da war es wichtig, dass die beiden angefangen haben, über diese Problematik auch miteinander zu reden, um dann einen neuen Dreh, so ein bisschen einen neuen Anfang zu finden. Und ich glaube, das wird schon ganz gut werden bei den beiden. Das klappt schon ganz gut. Patientin Elke hat die Ernährungstipps umgesetzt und konnte dadurch alle Beschwerden lindern. Mit ihrem Mann Holger unternimmt die Hausfrau inzwischen viel. Vor allem der Tanzkurs bereitet beiden großen Spaß. Den Auszug seiner Söhne hat das Ehepaar in einer Psychotherapie bearbeitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017